Ja, hallo, ich möchte Ihnen unsere neue Easybox 904 LTE vorführen. Das ist die neue Hardware für unsere Festnetz-Ersatzkunden, die jetzt LTE zu Hause nutzen möchten. Die LTE-Box 904 ist brandneu, ist seit gestern jetzt in der Auslieferung, also wirklich ganz top aktuell. Ersetzt unsere bisherige Hardware im Festnetz-Bereich, die bisher die Easybox 803 plus die Turbo-Box. Also bisher haben wir zwei Geräte ausgeliefert, die noch miteinander zu verkabeln waren und die wesentlich weniger leistungsfähig waren als das neue Gerät. Das neue Gerät hat ein LC-Display eingebaut, mit dem Sie viele Einstellungsmöglichkeiten haben. Sie können auch, wie man hier zum Beispiel sieht, genau sehen, welche Feldstärke Sie zu Hause haben und damit auch einen optimalen Standort suchen. Ich kann auch mal zeigen, was auch noch möglich ist. Ich habe hier zum Beispiel auch die Möglichkeit, dann auf Einstellungen zu gehen und genau zu sehen, im Moment ist nichts angeschlossen, wie viele Geräte per LAN, per WLAN oder per USB oder wie viele Telefone gerade angeschlossen und aktiv sind. Damit muss ich nicht jedes Mal an meinen Computer gehen und ein Menü aufrufen und das überprüfen. Aber die wesentlichen Features dieser neuen Box sind eigentlich die höhere Leistungsfähigkeit. Konkret haben wir hier jetzt einen Gigabit Ethernet-Vierport-Router eingebaut, sodass ich wirklich vier Endgeräte mit Gigabit-Geschwindigkeit anbinden kann. Ich habe zwei WLANs integriert mit jeweils wählbar 2,4 oder 5 GHz frei kombinierbar. So habe ich das höchst performante WLAN-Netz mit bis zu 300 Megabit pro Sekunde. Und ich kann mit dem zweiten WLAN im Prinzip ein Gastnetzwerk einrichten, wo ich dann meinen Freunden, meinen Bekannten sagen kann, hier, ihr könnt euch darauf einloggen, ohne mein Netzwerk offen zu öffnen und zur Verfügung zu stellen. In Zukunft kommen noch weitere Features, wie ein digitaler Anrufbeantworter, der integriert wird. Das wird in den nächsten Wochen noch per Firmware-Upgrade nachgeliefert. Parental Control, das bedeutet kindersicheres Internet. Also ich kann auch meine zehnjährigen Kinder surfen lassen und ich kann mit der Box genau konfigurieren, welche Inhalte zugelassen sind und welche nicht. Und als drittes eine Funktion, mit der ich meine Smartphones ganz einfach hier zu Hause integrieren kann und Festnetztelefonate entgegennehmen oder führen kann. Also die sind voll als Festnetzgerät dann erkannt, sobald sie zu Hause sind über SIP realisiert. Das war es im Wesentlichen. Dankeschön. Dankeschön.